Und wieder an. Nach einem kurzen Werbeblock sind wir zurück. Willkommen! Wir sind wieder da. Sagt mal Hallo, bitte. Auf drei! Oh mein Gott. Ja, auf drei. Eins. Drei. Hallo! Zwei. Neun. Mann, ey, alles wieder kaputt gemacht. Ja, das wird jetzt unser Video zugehen. Wollte synchron so Hallo drücken. Ich fand das richtig krass machen, dass wir hier so alle auf dem Bildschirm stehen und drücken wir alle Hallo. Wär krass gewesen. Habt ihr alles kaputt gemacht. Ja, Pech. Aua. Eine Runde Mitte. Aber Yara kann ich Hallo sagen. Ja, vielleicht jemand, der interessiert. Traurig. Blöa, willst du nicht in die Donut-Einge spielen? Ich hab gehört, du bist da richtig schlecht drin. Was willst du spielen? Donut-Ebene. Donut-Ebene. Hab gehört, du bist da richtig schlecht drin. Dann hab ich richtig Chancen, sich zu überholen. Das will ich euch nicht antun. Nur zu, nur zu. Nur zu, nur zu. Ja, dann wird's nicht mal krass. Überrund uns so einfach dreimal währenddessen. Und dann. Und dann. Das schafft er nicht. Ich bin auch noch da. Genau. Oh, Ansage. Oh. 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 Das war jetzt hier schon, ne? Kein Einstiegungsversuch. Ja. Auf Passerebene. Auf Passerebene, ja. Wie geht man? Was war das? Löa hat es mir mein Alten geklaut, das find ich jetzt nicht nett. anzeige ja da freut sich hier schwebende münzen gesehen ja 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 ich weiß bin wieder dreck freundlich gelandet aber auch genau in dem moment okay jetzt ist jetzt ist vorbei ja ich gebe gleich auf eine runde mitleid ja bleibt einfach stehen da ist kein bock mehr einmal für die von lö her mitleid auch nicht kommen jetzt lasst das einfach mal sein weil ich war die ganze zeit so gut ja schön die ganze zeit zweiter die nehmen überholt mich gleich gefühlt und so warum nicht das thema der diskussion hier und warum haben sie alle so viele redshade oh gott das ist bei uns gerade gruselig es ist irgendwie so als würde gleich jemand kommen und uns töten wir lassen fragen du bist der hinter mir nee das ist die jolti aber ich bin hinter ihr ich seh euch beide die pflanzen das ist freundlich ja ja hallo tja wenn sie zwei schreiten freut sich die dritte ich bin mir doch privat privatraum verletzt das überholt sagt er und fährt die oh gott auf fahr doch ich soll ich bin zweiter ich hatte so alles was mir verholst sie nehmen glückwunsch ach die ist eh schon seit einer halben Stunde ziehe hat schon geguckt was sie sich als nächstes in den amazon einkaufskorb die hat nicht umsonst gelacht in der ersten runde als mich erwischt hat also leute ihr wisst partystraße ist eine wundervolle map ich möchte euch jetzt nicht hier irgendwie beeinflussen aber eine partystraße ist immer nein doch alles deine schuld sie nehmen wir beide haben wir haben eine andere hasswelt ja sagen wir nicht obwohl kann wollen wir kann wollen nein nicht mehr alle deine 153 parts an es reicht die letzten fünf alles klar kommen die letzten fünf aber du kannst meinen da bin ich noch nicht ich hole gerade nach von zwei monaten also ich sag eh bei gefühlt jeder strecke ich hasse sie von daher Lör hat einfach so viele videos wenn ich mir die wirklich alle angucken möchte sitze ich noch mit 70 da ihr könnt sie euch angucken um zu gucken wo man überrutschen muss und sowas ohne witz das hat mich so das war so impressed als ich gesehen habe wie du bei der donut eben abgekürzt bist das hat einfach alter ich dachte ich habe mein ganzes leben nachfühlt was ich eben falsch gemacht habe wie viele minuten meines lebens ich hätte sparen können bist du hinter mir ich war es schuldig ist es ja echt so das ist also du nervst also ich möchte dich eigentlich immer treffen aber du fährst einfach weg ich sehe nichts ich sehe auch nichts ich sehe alles schau dir das war ein bisschen zu oh scheiße ist mir runtergefallen ja meine chance ist sich vorbeizuziehen für zweieinhalb sekunden haha ich bin jetzt auch nicht so ein Profi ja ja stimmt das ist nur ein Weltrekord hast recht das ist eigentlich gar nicht mal so krass kein Profi komm schon sie nämlich treff dich einmal komm schon viel glück die sie nehmen zu treffen leider war das nicht sie trifft eher dich ach man ich dachte wir werden jetzt in der letzten nein nein ich wollte grad schon die Fahrtaste loslassen aber da kommt die Blue Shell wunderschön ich bin der erster ich bin der erster das Fotograf geht mir ab ich bin der erster Dank für die Red Shell die hat die hat mich vor die Blue Shell die hat mich vor die Blue Shell geschickt du bist dann vor der blauen äh ich bist dann drin weißt du denkst du einmal hier geht's und dann selbst in der Größe sein willst du ich blüß neulich sie von Löher jetzt fühl ich mich krass man sie sind ich hab sogar mit Glitzschländer nein das macht gar keinen Sinn ich hab nichts gekriegt scheiße ja auch nicht vorm Ziel nein nein bitte oh Gott man siehlos ja ich hab von Löher überhaupt ich würde ja auch vorm ziehen auch getroffen Mensch nein kann ich jetzt mein Lebenslauf schreiben bin besser als ein als ein Weltrekordhalter in Marika nein nein ich hab schon wieder nicht ins Ziel geschafft oh von Löher da ist sogar einer besser ein komm besser als du ei 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 das kann ich auch nicht auf mir sitzen lassen hast du die kommt auf Weltrekordhalter gestellt oder wie genau so in etwa Weltrekordhalter aus mittelschwer äh Weltrekordhalter da schwächelt aber jemand ja lässt die Konzentration nach oben genau genau viel nach Null schon jetzt Donut Ebene kommt ich hab ja 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 ich hab schon ziemlich ein Fleck vor dir ja oh was soll denn das für gewollten confined ja alle im aber ist halt echt so ich mach sie mal starten ich auch hab ich bin auch ich auch ich habe er kommt noch komplett aufzu reden Das ist traurig. Ja. Jetzt werde ich das auch mal versuchen, was von dem Öher hier immer machen. Okay. Okay. Hä? Was? Was? Was versuchst du? Ja, du fährst da immer bei diesen komischen Streifen, fährst du da immer auf dieser ganz schmalen Linie. Am Rand. Ja, ganz am Ende am Rand. Ja, genau. Das versuchst du nicht mehr. Ja. Das ist gar nicht mal so schnell, finde ich diese Abkürzung, die der da bei Sohn hat, eben, der macht viel kranker. Ich seh nicht, in welche Richtung ich fahre, ne? Mann. Ich war einfach gerade aus. Ich muss immer helfen. Tschüss. Oh nein, du bist immer noch vor mir. Ja, ich bin zum Glück in den... Oh, scheiße. Man sieht dich. Ah, zum Glück bin ich grad nicht mehr Erster. Ach, Mann. Ich bin Erster. Ich war für ne Millisekunde Erster. Ja, ich auch. Hey, was soll das? Hey, jetzt hab ich nichts gekriegt, ey. Ja, das war... Du hast einen Motor gekauft. Jetzt war nicht... Aber ich war krass. Ich bin... So. Ich bin vor Lüger. Bot wieder unter mir. Das ist schon mal etwas. Aber immer noch... Aber immer noch... Ich bin immer noch vor. Ich war auch vor. Ja. Vor Lüger. Immer diese Millisekunden. So. Was ist wohl seine Hass, Matt? Ja. Bin ich grad auch an Überlegen. Ne, nicht nur meine, auch sie nehmts. Was ist richtig blüm? Schauts Autobahn? Nee, da hat er letztens nur gesagt, die ist langweilig. Ja. Da hab ich's wieder angeguckt. Ja, ich auch. Aber das ist ja trotzdem ein wenig. Käseland. Käseland bestimmt, oder? Ich nehm das jetzt an. Wo ist ein Käseland? Oder Babypark, weil da so viel mit Items und Lack bist. Kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir Käseland vorstellen. Wieso Käseland? Sinem, was denkst du so? Nix. Nix. Dass der Löher sich denkt, oh Käseland, das ist so ne Skillmap. Ich bin Weltrekordhalter. Ach komm hier. Und bei Babypark, das ist einfach ein Kreis. Da kann er nicht viel abglücken. Da kann er nicht tricksen, oder so. Ist ein Kreis. Ja, das stimmt. Ich glaub, da haben wir ihn. Ich glaub, wenn wir ihn da kriegen. Ja, lass als nächstes an die Babypark gehen. Äh, bin ich auch cool. Aber Löher, du sagst sonst auch, wenn wir da erstmal eine Hasselbeckung haben, ne? Nö. Ja, wahrscheinlich ist es die jetzt. Und der sagt's einfach nicht. Deswegen bin ich Erster, ja. Wollte ich grad sagen, weil Käseland kannst du halt richtig skillvoll durch die ganzen Löcher jumpen und richtig grad abkürzen. Ja, sonst hat das schon richtig Kraft. Aber Babypark ist halt, wie gesagt, einfach nur normal. Es ist, äh, da kannst du nichts machen mit Skill. Ja, sonst. Guck mal auf. Wollen wir mal mit den Wechsel? Ah, Sand. Ich hab noch eins. Na toll. Sie nennen. Also bitte. Dankeschön. Ja. Ich hab's geglaubt. Hier ist niemanden, den ich abschießen kann. Das ist voll traurig. Daphne kannst nach hinten schießen, da bin ich! Ich hab was geschafft! Sauer. Du bleibst hinten. Ich nennen was das eigentlich so. Ja, 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 ja. Ohmso. 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 Gönn mir doch einfach mal für ein paar Sekunden den ersten Platz. Dir ist doch klar, dass du den hast. Aber komm, lass mir doch einmal das Gefühl, als ob ich irgendwas geschafft hab. Ich bin grün zu cool. Das war ein Wombing. Und jetzt alles mal miteinander runter. Ich bin ja eigentlich dumm. Das ist dumm. Das ist dumm. Oh, ich bin noch nie gegen diesen Kettinhund gefahren. Und jetzt dräng ihn mal. Oh, ich seh dich! Tschüss. Nee, ich wüsste nicht. Ich bin ein Geist von uns doch. Ich bin ein Geist von uns doch. Ich... 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 diese moment in einem in der abkürzung irgendwas geklaut wird wie lange willst du noch meine sachen ablaufen bis ich im ziel bin dann kannst du mich treffen als ob jetzt beide kugeln wer weiß kino vielleicht habe ich dich gleich mit dem punkten weil einfach jemand meinte und zwar die jockey einfach scheiß kugel jetzt nicht vorgelassen wäre ich vielleicht auch vor lehr gewesen jetzt war das ccm habe ich gehört einfach mal nur so was sagst du dazu okay bitte nicht okay einmal 200 ja da ist der babypack bei 200 da gibt es da gibt es nur zwei kurven aus dem mann nicht rausfallen kann das ist optimal aber hier besteht die chance dass man überrunden kann das gut die kompulieren lassen das versteckt das ist ungewöhnlich b die das war eigentlich was zu sagen wie kommt die hier um die kurven leider ich frage immer gegen die wand was noch ich meine ich bin nicht ganz voll voll der mobil kreis ja ich bin schon mal über 100 ich weiß nicht ob ich habe ja schon dreimal vorbeizunehmen Aber er hat sich laut ausgeschickt. Sinem? Wo ist Sinem? Ja. Wo bist du? 5. 5. Ich pack irgendwie in der Wand. Was ist das? Das ist total seltsam. Irgendwas mit verfluchter Nase? Keno, ich glaub du lagst falsch. Ja, glaub ich auch. Oh, nette Wunde. Nicht für mich. Ja, du bist durch den auch gekommen. Hey Sinem, war 200 CCM's Wurter. Das ist gut. Das ist gut, sie nur so. Ah ja. Da konnte man auch nicht ausfallen. Okay, welche Map könnte... Mal überlegen. Knochen-Trockene Dienen. Vielleicht ist Vario abfahrt wegen den Bäumen, aber ich kann's mir auch nicht vorstellen. Boah, da hing ich letztens so lange an so einem Baum. Ach guck an, der Dings ist auch wieder da. Ich sag mal Vario's Goldmiene. Ich weiß doch nicht warum, aber ich sag jetzt einfach mal. Ich nehm jetzt einfach mal ne Map, die ich selber kriege. Wir raten einfach alle. Sie nehmen es... Sie nehmen es... Sie nehmen es... Sie nehmen es... Sie nehmen es unsere Hasswelt dabei? Nein, ich hab ne. Ne. Gut. Dann haben wir schon mal Yoshis Welt, Vario's Biene. Als ob die Sinem die Hasswelt selber aussehen würde. Ja, vielleicht um uns auszutricken. Ne, das macht doch keinen Sinn. Okay, 3 von 36. Maps sind schonmal weg. Fehlt noch ein 30. Mann, ich merke dir. Oh Gott, das ist schnell. Helft ihr? Hä? Ist immer noch die beste Reaktion. Hä? Hä lol ist die beste Reaktion. Megalol. Megalol. Hä nein, helll. Ja, Megalol ist es. Megalol ist die krasseste Steigerunde. Ich bin so schnell, ich kann nicht einmal mehr Tricks machen, weil ich zu dumm dafür bin. Wer legt denn da eine Banane hin, ey? Wann? Das Ding ist, dass mich erst wieder in 215 Meter einspielen muss. Oh, ich bin grad so schnell. Ich bin so krass schnell und von mir ist einfach noch eine Milliarde Kilometer mehr geworden. Ich bin so krass. Ich bin so krass. Ich bin so krass. Ich schieße jetzt einfach mal nach vorne. Ich schieße jetzt einfach mal nach vorne. Ich bringe's aber aus. Aua. Ich seh's schon selber, ich treffe mich gleich wieder mit alleine. Aua. Das gibt's doch nicht. Jetzt hab ich auch noch verloren. Ich bin sie sechs. Jetzt kommt doch noch ein blauer Panzer, ihr seid verrückt. Ja, ja, das ist ein Gesicht. Sinem? Sinem, überhole ihn, bitte. Er hat es nicht genutzt. Er ist schon Weltrekordhalter. Nein. Nee, Sinem kriegt mich nicht. Schade. Aber ich bin Dritter. Aber Sinem schon wieder Zweiter bei 200 CCM. Wenn ich bitte wieder... Oh, es läuft doch gut. Die trainiert halt nicht. Die trainiert halt nicht extra für dich. Und dich auch in anderen CCM-Klassen noch zu basieren. So schlimm. Ich bin doch ins Ziel. Los. Ach, Folie. Ach, nee, dann nicht. Aber sie hat es ins Ziel geschafft. Jetzt habe ich schon zwei Punkte. Hey. Ich arbeite mich voran. Sehr gut. Und dann wird sie Erster. Okay. Boah, ich habe Angst vor Krüssen. Oh, ich... Vielleicht... Nee, die fahren ja einfach nur langweilig. Lieder, die geht im Diskodom. Das kann es schon mal nicht sein. Nee. Diese Regenbogen-Bulle war da. Diese eine da. Ja, aber die möchte ich nicht nehmen, weil da komme ich niemals ins Ziel. Ich habe sie jetzt einfach genommen. Die beiden sind lebensmüde. Sie sind komplett lebensmüde. Ich habe das nicht ausgesucht. Bei 210... Alles für heute. Bei 210... Na, super. Ja. Ähm, das war nicht, weil ich wollte. Mit diesem einen Rennen kannst du ein komplettes Video füllen. Geht jetzt locker eine halbe Stunde. Ja. Das war alles. Für das jetzt mal einen Cut setzen. Nein. Wir gehen jetzt hier nochmal die Begrüßung. Ich bin eh schon immer letzter. Und war jetzt die Hasswelt dabei? Nein. Jetzt haben wir die umsonst ausgewählen. Jetzt werden die alle sterben. Jetzt habt ihr nur euer eigenes Grab geschaufelt. Ja, das ist halt echt so. Und ich bin schon einmal runtergefallen. Yay. Ja, das ist auch so. Alter, es ist ja krank aufzallt jetzt. Aber irgendwie macht es gut. Wenn man die ganze Zeit nur die Map von unten sieht, macht das schon Spaß. Ja. Ja, und wenn man die ganze Zeit keine Ahnung wo fährt, wo man noch nie war. Dann macht es auch Spaß. Ich bin trotzdem letzter. Ah, geil. Stern und Pilze. Damit ich noch ein bisschen schneller bin. Und damit ich so gut um die Kurven komme. Ja, ich habe auch gerade Stern. Ich falle gerade. Ich auch. Ich bin immer noch vierter. Besser als der Durchschnitt. Ich bin acht. Ich bin sechster. Das ist der Durchschnitt. Ich bin neuerter. Dritte? Nein. Sechster eigentlich, oder? Oh, ich bin zehn. Ist das nicht der Median? Ich habe schon wieder komplett um mir vorbeigegangen. Ich habe tatsächlich mein eigenes Grab geschaffen. Nein. Ich bin auch original Achter und habe einen Goldpilz. Was soll ich damit? Ich habe auch einen Goldpilz. Was soll ich damit? Ich bin sicher. Ich habe auch einen Goldpilz. Ich bin sicher. 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 Oh, wer hat hier gerade gestorben? Er ist gerade gestorben. Wer ist gestorben? Ja, der hat irgendwie was in den Kurschen. Ich habe jetzt in der zweiten von dritten Runde herausgefunden, wie man um die Kurven kommen. ich habe jemand überrundet wahrscheinlich die wohl hier ja ich bin wieder ich sehe mich über leute und im ziel drei bahnen irgendwie herumgesprungen ja das ist der kugel jetzt überholt ich bin neunter komm ich wieder durchs ziel ich hab's nicht mehr durch die geschaffen war knapp davor krass ich hab 25 punkte der bot ist ein bisschen besser ich hab schon drei okay nur da würde ich mir gedanken machen das musste ich vor allem ja auch jetzt muss ich noch eine rennenstrecke nehmen excitebike ist die größere version von babypark die liegt mir gut die denn was ist was warum vielleicht toadshavenstadt ne oder das ist immer im haterkot läuft da irgendwo fernsehen oder so ja keine ahnung also bei uns geht es nicht ja bräuchten zählt nicht das stimmt er redet irgendwer wieder sinem ist es bei dir ja mein fernseh ist an ist das irgendein horror ist die so langweilig ja die macht das halt so easy mit links da kriegst du immer nur fernsehen ach scheiße das ist sehr zu einfach du musst ein bisschen krasser fahren weil sonst wird der langweilig ich fahre für einen kurzen moment erster auf 200ccm kann mir das bitte jemand ich mach mir das foto ach man auf nö mann kannst du mal für 30 sekunden mal kurz stehen bleiben und dann müssen die chancen halt holen nö ok du ich dachte gerade du wüsst das gast da ist erster ja ist das gast da keine ahnung mehr das ist na blöder ich bin erster schon wieder ich hab dich überholt ich fühl mich so gut ich bin erster aber der löder sitzt schon wieder am nacken ich lief das verdammt du hast dich geholt haha ich lief das löder du bist richtig gemein da ist direkt ein dislikehaus ohne witz tja keno tja keno genauso geht es mir immer wenn ich mit der Sinem spiele haha ich war jetzt wirklich so lange erster ich hatte wirklich schon den gedanken daran dass ich wirklich einer erster werde tja ich habe wirklich kurz dran gedacht und dann kommst du und dann kommst du und ich verbringe ja Zeit auf dem 10. Platz ist so witzig oder nicht nein schön doppelständig ich bin auch dritter geworden ich bin auch dritter sie nehmen wie kannst du 200 ccm hast wenn du ständig zweiter wirst tja ich hasse es wenn ich immer runterfalle ach so ja das geht hier schlecht ja was guckst du im fernsehen man ich hab's nie momentan nur werbung Weltrekordhalter Mario Kart 8 hey genau über dich hey volle punktzahl 60 jawoll ja freu dich der bot ist besser als ich unfassbar es ist es ist eine beschlossene sache ok mit dem goldenen vokal verabschiede ich uns mal alle bei youtube danke für spielen sie nehmen äh Jolti Wolli und Kenu und der andere komische Junge da den ich nicht kenn ja das das war Mario Kart 8 Deluxe auf Nintendo Switch vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo für alle für uns und dann ja sehen wir uns übermorgen oder so tschüss ok tschüss